Ein politischer Aktivist namens Gregor war gerade in der Hölle angekommen und wurde vor die Wahl gestellt. Er konnte entweder in die kapitalistische Hölle oder in die kommunistische Hölle gehen. Natürlich wollte Gregor die beiden Optionen vergleichen, also schlenderte er zur kapitalistischen Hölle. Vor der Tür stand Rockefeller, scheinbar gelangweilt. Wie sieht es denn drin aus? fragte Gregor neugierig. Nun, antwortete Rockefeller mit einem Gähnen, in der kapitalistischen Hölle häuten sie dich lebendig, kochen dich in Öl, ketten dich an einen Felsen und lassen einen Geier deine Leber herausreißen und schneiden dich dann mit scharfen Messern in kleine Stücke. Das ist ja furchtbar, keucht Gregor entsetzt. Ich werde mir lieber die kommunistische Hölle anschauen. Also begab er sich dorthin, wo er eine gewaltige Schlange von Menschen vorfand, die darauf warteten einzutreten. Die Schlange windete sich siebenmal um die Lobby, bevor sie sich in die Ferne verlor. Gregor drängelte sich an die Spitze der Schlange vor, wo er Karl Marx dabei entdeckte, wie er fleißig Leute einschrieb. Gregor fragte Karl, wie es in der kommunistischen Hölle sei. In der kommunistischen Hölle, antwortete Marx leicht genervt, häuten sie dich lebendig, kochen dich in Öl, ketten dich an einen Felsen und lassen Geier deine Leber herausreißen und schneiden dich dann mit scharfen Messern in kleine Stücke. Aber das ist doch genau dasselbe wie in der kapitalistischen Hölle, protestiert Gregor empört. Stimmt, seufzte Marx resigniert. Aber manchmal haben wir kein Öl, manchmal haben wir keine Messer. Ich sch Unfazon für mich. sondern auch mit scharfen, die links hoch geht, Ich exempelide viel überraschungen, Vielen Dank.